hallo ihr lieben vom vorteil des mangels ein guter weg hat keine spur eine gute rede keine schrift ein guter rechner keine rechnung ein gutes tor keinen riegel und ist doch nicht zu öffnen ein guter knoten zieht nicht fest und ist doch nicht zu lösen darum der weise nimmt sich aller menschen an und schließt niemanden aus er nimmt sich aller dinge an und verwirft nichts er erhält alles so ist der weise dem schwachen ein lehrer der schwache dem weisen eine hilfe wer den lehrer nicht schätzt und die hilfe nicht annimmt geht in die irre so klug er auch sein mag darin liegt das geheimnis herzliche grüße euer lauce so